Alleinsamer Schauschütze Ich geht hier auf dem Balllein, hallo! Was geht Leute? Endlich mal wieder zum neuen Video mit der Schnaiper hier oben auf dem Berg und wir machen mal ein bisschen Stress heute! Ich will jetzt ernsthaft, wir machen heute ein bisschen Stress, also... Walla, pack deine Unterhosen schon mal ein. Danach brauchst du neue. Oh damn! Ja, ich hab den so einen Reifen richtig gefickt. Ich probiere gerade ein bisschen auf die Reifen zu gehen. Ich finde es im Fall witzig, wie die denn so wegdrift mal. No control! Bah, mal in deinem Kopf, ne, ja! Ähm, bam! War mit dem Schauschützengewehr, ist echt nicht leicht. Wollen wir uns ein Schauschützengewehr ist, wenn man mit dem Schauschießt? Hm, ja genau. Oh ja, ich treffe den sogar, ja ich gut. Ähm, ich gehe hier mal runter. Dann auch dann da, oh eh, ja leck mich. Na scheiße, was mache ich? Ähm, und zwar... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bra, ist mal auf Falle. Ja. Komm mal, Alter. Und ich nehme kurz in der Revolver. Oh mein Gott, ich kipp runter. Mhm. Okay. Und so ne macht die Tür zu. Aber ich sagte, mach die scheiß Tür zu. Wann du nicht holen? Stehst du da noch dein Himmel? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieser Himmel. Wie komme ich da? Ich weiß, das war jetzt schlecht von mir. Aber ich wollte eh eigentlich ein Motorrad. Aber die geben keinen Fick drauf. Alter, wenn ich da einen Typ mit Motorrad sehe, ich schnatz den runter des Todes. Aber da steht danach nicht mehr auf. Mit der Revolver. Also da steht danach wirklich nicht mehr auf. Das meine ich jetzt ernst. Der ist danach tot. Und ich frage mich gerade, wo ist mein Auto? Oh mein Gott. Ich seh's. Oh, wie perfekt es da steht. Da ist es. Seht ihr jetzt. So, ich so. Look at my car. Car is amazing. No score ho ho. In my fresse. Amazing. Okay, komm ich mach quickscope. Oh shit. Ah, mit dem kann man nicht. Eigentlich. Kann man da ja schon quickscope, aber es ist halt echt schwierig. Okay, jetzt lauf ich lieber mal schnell zu meinem Auto. how much invest está? Herrsch rein rufen. Ghou! Ja! Oh my God! Aber jetzt nicht, ist die Waffe nicht sogar stärker? Die Wirksheit stärker. Äh, nicht die da. Warte doch. Kalio 50. Pistole. Ah, voila, mein Auto. Schnell! Walk to the slide. Jump. Hit the porno. Geh in the car. Du Hurensohn. Du hast Probleme lange mit mir. SPs, motherfucker. Mmh, 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 mmh. Pistole, Kaliber, Eichel. Wtf, was war das? Zack, hab voll geweckt. Schreiberbewerber. Nuts. Fresse. Oh mein Gott, du Haltfresse. Tür weg. Digger, der fehlt ne. Tür, alter. Einhara. Ich hab schon mal den Quickskill. Opa, motherfucker. Opa, motherfucker. Wtf. 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 Um. Wtf. 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 Nö. Ich stock mein Auto jetzt nicht. wegen dir kackpratze. wird dir kackpratze. Boah, Digger, was ist da? Was macht der? Der wollte mich besuchen. Geh mal runter. Gitt. Wtf. 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 Ja, Mochi Lego! Steady, Steady! die die na die nein Das war dumm, das war dumm, das war nicht so wie ich wollte ja. Perfekter Schwung, ey. Was wollt ihr? Bäm, das war grad irgendwie voll smooth, dafür wie heftig Unterschiede das hatte. Oh mein Gott, ich wollt da. Ich hol da ja nicht durch. Nein, lasse. Darf ich? Darfst du, oder? Na dann ja, ich darf. Wow. Okay. Ich krieg ein paar Gulen in den Kopf. Läuft bei meinen Basis. So, wo bin ich? Wollt ihr jetzt was wissen, Alter, das interessiert mich jetzt echt nicht, wenn das Auto kaputt geht. Und ich jetzt ne Scheißiga. Was sag ich dann für immer? Und jetzt ist das Auto kaputt, oder wie? Ich glaub's grad nicht. Ich glaub's grad nicht. Ich glaub's grad nicht. Und wir müssen das Auto kaputt. Vielen Dank.